Ich aim hier ab, du bist hier im Raum, im Klo, rechts, da komm Und da? Ich brauche mir in die rechten Ecke Ich dachte, er wäre tot Wie viel AP hat der denn noch? Ich habe gerade 100 Ein anderer, rechts Ich gebert die Treppe, Jo Okay Er ist eh ins Haus zu jobben Den brauchst du? Er ist rüber gegangen oder nicht? Ne, der ist hier direkt über mir Der Rest Gar nicht, ich habe beide Pils bekommen sogar, danke Willst du dich irgendwo? Ich glaube, ja hier, links Und unter mir Da ist es Da ist es Ganz 100 100 wie meiner 90 war jetzt was Ich wusste, es wird Reden meiner 1-ish Ja, stopp, da ja halt Ich mache Poggi Ja, Poggi Ja, Poggi Klamm Klamm Weiß nicht 100 1-ish 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 Warte ich unten, folge mich Und das 1-ish 1-ish 2-ish 2-ish Über die Kannst du kommen dann? Ja 25 Bost weg 25 25 25 Wo sind? Klamm 2-ish 2-ish 1-ish 2-ish 1-ish 1-ish 2-ish 1-ish 2-ish 2-ish Dantel? Ja. Dann mach mal's. Geht auch nicht. Set. Ordner mit Dantel. Unter dir hier in one count. Und dann. Schaff's nicht. Er ist jetzt da. Er ist jetzt da. Da geht's. Ich war ein guter Bait für ihn. Dantel ist hier. Ich guck von oben auf ihn rauf. Den Ordner. Set. Dantel ist nicht bei mir. Wohin ich bin. Hier ist ein Hoverboard. Ich glaub ich sei braun nicht. Ich hab sie halt nix. Ende. Der ist gar so geil auf dem Ping ne. Alter. Wunderbar. Warum ist er so schnell? Geil von dir. Hast du boogies? Ja hier. Split einmal. Ich hab dir eine. Ich hab nur zwei. Ja. Warte mal auf mich. Warte halt nicht. 170 einer. Was? Hat sich KT selber geboogied? Ja. Tatsächlich. Tatsächlich. Hier ist noch ein Team. 1-1. Nur du. Wir machen auch schon. Wir haben einen Inflation. Wir haben einen Inflation. Wir machen den Inflation. Wir machen den Inflation. Dötlich. Wir machen den Inflation. Zu demás. Wir machen den Inflation. Ich warte jetzt noch mit uns. Und der eine geht rechts weg, der eine schon rechts weg, der eine geht rechts weg, der eine ist schon rechts weg, der eine geht. Ich gehe über den nachs Haus. Der eine ist dort weg gerannt, kannst du mich einfach lassen töten. Ich beam den außen, 40, 80, wo ich spiele. 20, kommst du hoch der andere? In unten. Wo ist der? Der ist irgendwo close vor mir am fliegen, oder unter mir, ich glaube unter mir. Ja der muss unten rum fliegen. Wenn der mal einen Pube rumfliegt, dann haste ich ihn. Okay, fliegt weg. Ich brauche ihn in Richtung. Ja, ich, ich guck. Ich würde gerne gucken. Windhappen bau mäßig. 40, 30 Crack. Auch ein Quad. Ja, kann ich gleich hüten. 30 Crack. Eichwalt. 40. 30. Ja, da hinten. 40. Ja, ja genau. 40. Lass sie tanzen. Ja, mach. Einer tanzt, einer tanzt. Ne, doch nicht. 80. Die Maus drinnen. Der will den Tuck poppen. Kann er nicht durchschießen. Dead. Bro. Also ich weine gar nicht. Der lüftet. Scheiße nicht. Lass hier ein bisschen ausräumen, dass wir nicht zu offen sind. Irgendwo von dort rechts haben die auch geschossen. Warte mal. Wo steht einer? Drei, zwei, eins. Bro. Sein Maid ist dahinter im Bot. Oder? Ne. Auf den Milch oder so. Ja oben auf den Milch. Auf den Milch. 80, 100. Drei, schweiß. Ich gehe den Quack. Oh, kann gar nicht sein ausdrücklich. Das ist ja krass. Ich gucke in der Luft, unter der Luft. Der ist slow. Äh. 60 weit. Ja, war's. Bin an der Baum, ich töte ihn. 26. 26 auf ihn. Dead. Dead. Digga, mit mir geht jeder Schuss rein mit der AK, ne? Oh Gott. Ja, die ist doch ehrlich crazy. Die von uns. Können die eigentlich, ich jumpte, weil der guckt nach hinten. 100. Der andere auch 30. Jumpte, jumpte. Okay. Ich kann in die Burg gehen. Gebil mich. Dead. Schütze dich. Dech weit. Dead. Komm unten rein. Die werden da oben vielleicht landen. Wer landt da. Ich jumpte denn hier unten bei mir. Ja. Kann man. Weil du, die tanzen, weil die können. Okay, die können riffen. Lass auch riffen, einfach fang. Ich will es doch selber, wenn du nicht schrägst. Ja. Und dann. Willst du Island landen? Ja. Auf Haus, auf Haus. Land auf Haus. Fick, schiff dir den. 150. Dead. Und dead. Nein. Das ist der Beste eigentlich nicht. Ich hoffe erstmal. Ich kann andere die sehen, aber ich nicht. Leider. 60. 90. Recht weit. Recht weit. Nice. Nochmal Kleider. Auf dem Hill. Ja, die fliegen auf der, die fliegen auf Null. Ich tag die nicht ab. Hier ist einer gelandet, hier ist einer gelandet. Props. Okay. Der ist dahinter im Baum oder so. Oder der ist runtergestylt. Ja, der muss runtergestylt sein. Es ist runter, es ist runter. Es ist runter, es ist runter. Rüften. Knapp. Ich weiß nicht. Nice. Hoffen, dass keiner schiebt, dann geben wir die Runde 100%. Da ist einer drin. Da rüftet auch. Warum? Da ist stracked. Hier. Bin da vieler in der Luft. Strack da einer. Beim Job. Cool auf Job. 80. Ja. Pilote. Depp. Nice. Hier vor uns. Bunkern nochmal. Das ist ein Solo nur. Du, du, du. Nee doch nicht. 40. Ich sehe die Roll kaputt. Die Roll, die Roll. Chill, chill, chill. Ich nehme die Tag. Der bleibt die Roll. Ja, tu immer. Lass einmal beide aneinander bleiben, ja? Ich wirf da einfach gleich. Ja. Ich glaube ich nehme ich. Es sind viele Solo sogar. Ja. Wirfst da? Ja. Wir können Hill landen, maybe. Was? Nee. Auf den schreitst du. Ja, ja. Alle rifften gerade. Ja, ich. Rift du dann als nächster, okay? Bist du unter mir? Ja. Ich würde vielleicht sogar hier landen. Ja, das meine ich sogar mit dem. Ja, ja. Hier können wir. Wenn du hier seinen Bonker Edge wirfst. Ja, mach ich. Nee, nee, nee. Scheiße. Ich riff, riff, riff du. Ich hab nen Jog für dich. Nein, den krieg ich niemals durch. Ich hab 130 AP noch. Flieg einfach direkt über den, der schießt, wenn du hittet wirst. Ja. Die Zone bleibt gleich stehen. Nur die Grünen könnten schauen auf uns. Ja, die Grünen schauen. Ich bleib über den. So. Die könnten mich trotzdem anscheinend. Ich werde nicht hittet gerade. Pulled tight. No, ich weiß nicht. Lass runter, lass runter. Lantier unter den oder so. Ich warte hier, ich geh rein. Lantier. Mach safe. Bleib um, bleib um. Lantier dron. Bleib um, bleib um. Bleib um, bleib um. Der riftet auch. Guck auf die andere. Guck auf die. What? Der rift. Ich rift einfach. Ich hab's einen rift genommen. Bin drin. Ich bin nur low-hide. Ein Solo lipped. Ein Solo, zwei Duos. Du hast noch nen Rift, oder? Ich hab einen Rift, ja. Flieg über den, wenn es einmal. Aber das Duos halt unten, Digge. Der eine wurde cracked schon von denen. Ich flieg einfach über den Fokus, dann könnt ihr mich nicht hütten. Ich flieg über den einfach am Zonenrand lang. Schau's die anderen, die checken die ganze Zeit die anderen. Ja, genau, genau. Müsste probably landen und Bonke werfen. Die haben mich getötet. Kannst du hier landen? Oder hier? Ja, ich versuch's, ja. Ich mach älter. Kannst du das? Ja, der wird mich töten, maybe. Ein mehr drin. Ja, ich bin tot. Die sind aber splittet gerade. Du musst es kurz überleben einfach. Verhalten sich. Oh mein Gott, der hättet mich noch 400, Digge. Ja. Bitte, bitte. Die müssen irgendwie auf die Grappeln, oder so. Ja, die verhalten sich. Lass'n Du noch. Lass' sie, lass' sie, lass' sie. Ja, das kann ich halt nicht. Das ist so unlock.